So ein Award bedeutet sicher sehr viel. Es ist eine grosse Anerkennung, wenn man so einen gewinnen darf. Eine Anerkennung für die Leistung, die man über eine ganze Saison erbracht hat. Der zweite Award ist sicher auch ganz etwas Besonderes. Dass man so viele Awards entgegennehmen darf, ist nicht selbstverständlich. Es ist eine schöne Zahl.